Los geht's, runter, hoch. Nach dem Hohenfall, ich würde zu stoppen. Man sollte es nur wieder sehen. Kein Wohr anpassen. Wohrschleckbräder. Über Wohrdeckkampf heilsteigen. Herzlichen Boden drücken. Schmier bis zur Außenkrise. Ich versuche, noch 15 Sekunden zu klappen. Dreise Mal noch. Zweite Mal noch. Letztes Mal. Anstoß. Legen. Dann setzen wir uns bei den Knie, weil wir uns bedogen werden. Gleich die ganze Mal wieder nach. Stellen Sie mich so. In der Medikasin. Ziehen Sie hoch. Und ich blieb an den Boden gehören. Auch das kann man schneller aussehen. Wenn er aber jetzt der Leichtungs dabei ist, macht sie schneller. Nach ca. 15 Sekunden. In der Medikasin. Wenn Sie nicht mehr mit der Zeraturschleckung. In der Medikasin. Das wird schon schwer. 8, 7, 10 Meter in den Boden spüren. Und stoppen. Absetzen. Ausstürzen. Kommunieren. So, jetzt ist es klar. Aber jetzt ist es klar. Wenn du den Tag an der Ferne bist, du bist nicht so, dass du bist. Du bist ja los. Du bist ja los. So, das ist ja so. Du hast es nicht so, dass du dich nicht so gut bist. Beideinander, wenn es nicht noch 15 Minuten untersagt werden. 1, 3 Depo, nur 15 Minuten. 2 Eier anabziehen. Letztes Malen. Stopp! So, seien Sie zu sehen noch nicht, machen wir noch die dritte Sicht. Auch hier ist von einem Nachvergaben. Seht ihr, ich sollte das noch mal erschließen? Das Mikro. Schwer wird, wenn man die Füße nicht geht, noch schwer wird, wenn man die Beine stellt. Wichtig ist, dass der Gegner schwer ist, noch jedes Mal die Gegner nur. Ich mache viel Zeit. Und jetzt aufhören den Herzkampf vor beim Sitzen. Jetzt ist es passiert. Letztes Mal angeschlafen. Ausdruck kannst du trotzdem stehen an der Leuchte der Haut.